ok das mussten wir ganz gut aber das war irgendwie auch der einfachere von beiden kann es sein ja ich muss noch mal knistern ich hätte das vielleicht vor der augen das ist mit kokos ich schütte einfach mal da rein ja 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 also das ist einfach mal ein er hat so ein bisschen was von dem um toten morgen so eine spannende musik um 1 auch musik müssen Besitzungen Aber ein Kerl weiß es gewiss. Es ist doch egal, dass er einfach wegläuft. Normalerweise könnte er die ganze Zeit da stehen bleiben und dich stalken. Ja. Facecamping. Er hat halt einfach keinen Bock. Ja genau, Facecamping. Wie gesagt, er hat zu viel Dead by Daylight gespielt. Oder wir haben zu viel Dead by Daylight gespielt. Mh, mh. Ja, aber das ist scheiße. Hä, warum gehst du nur da wieder hin? Ich hab mir noch mal was. Hä? Dann kann man irgendwas spielen. Ich dachte. Oh Mann. Okay, die Musik könnte jetzt wirklich langsamer aufhören. Hallo? Music makes the people get together, yeah. Es ist ganz gut, dass man jetzt hier so eine Stelle hat, wo man dann weiß, wo man sich verkrümeln kann. Mhm. Wir müssen genau da lang, wo er jetzt langläuft, ne? Ja. Geil. Ja, der geht genau in den Raum da rein. Geil. Geht genau in den Raum rein. Oder? Ja, ne? Mhm. Ja. Ja. Ducken. Hm. Was machst du? Was machst du? Okay, das heißt, wenn wir aus dem Raum kommen, müssen wir jetzt zweimal links abbiegen. Mach erstmal hier hin und ne, die Tür mach ich jetzt nicht zu. Scheiß auf die Tür, einfach Sprinkler oder Dings betätigen und dann nichts wie weg. Das wäre wahrscheinlich sowieso dein Favorit gewesen. Entschuldigung, ist doch so. Okay, hier raus und dann zweimal links. Äh. Ich trau mich aber nicht überleidend. Hm, da kommt er. Scheiße. Was? Warum? Was? Oh fuck. Nein. Immer wieder die falschen Knöpfe. Fuck. Nichts links 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 link links links. Was machst du? Okay, alles klar. Standard Zup说 radio. Versteh, versteh, alles baix alles gut, alles überall. Ah, ah, ah. Ha, ah, ah. Ha, ha, ah, ha, ah. Ach, 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 ach. Ich dachte, du wolltest komplett zurücklaufen schon. Ne, ne, warte mal wo- so wo ist jetzt- Rechts, mich Merkorn. Jetzt rechts. Geradet durch. Genau. So. Jolo. Giut. und jetzt links und dann wieder rechts nein nein das ist nicht rechts und dann dadurch da können wir nutzen nämlich auch perfekt verstecken und dahinten da kommt wirklich durch er ist ja in ordnung aber wir müssen ja noch den den links betätigen die sprengeranlage ist nur dass wir uns da immer irgendwie verstecken ich habe die sprengeranlagen mussten und mussten wir noch innen drin da machen die war nur im ersten raum da irgendwie direkt soja ich dachte mir erst mal hier durch weil dann sind wir erst mal safe oder auch nicht wenn man erst mal angefangen hat dieses zeug zu essen das ist der erste beste raum gewesen gerade durch und dann kann man da wieder abholen und dann kann man da wieder abholen und links er ruft auf euch das durchs nest dieses nass warte mal das kriegen wir auch hin einfach mal hier war der brennende raum ja ich glaube was das ist ein wohnenspiel scheiße wie du nur zusammengezogen bist und ich fallgeschrien habe Uah! Exit! Exit! Ja! Oh, da sucht jemand. Geil. Entschuldigung. Ja, aber das sieht schon mal. Der Weg war richtig. Das ist ein Geräusch. Bei mir auch gerade. Was? How alive are you? How alive? How alive? Wie lebendig bist du? Nicht sehr lebendig. Nach zwei abendeten Fingern, die immer noch scheiße bluten. Da kommt man nicht rein. Oder noch nicht. Es ist einfach so fucking dunkel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das denn jetzt? Alter, aber... Und ein Geist oder irgendein? Ich wollte gerade sagen. Irgendein Geist? So eine Silhouette oder so? Mit Schatten. Ja. Oh. Eine Hütte. Na bitte. Da ist der Schlüssel. Schlüssel für den Wartungsschutz. War der Wartungsschutz noch richtig? Keine Ahnung. Na, da war die Tür. Also... Keine Ahnung, ob da jetzt Feinde rumgelaufen sind, aber wenn ja, hast du das echt top gemacht. Was ist das? Ein Radio. Mit Kassettenrekorder. Boah, wer kennt das heutzutage noch? Schwarze Oldschool. Hm. Genau heutzutage werden niemals wieder eine VHS-Kassette sehen. Und jetzt fragen, was ist VHS? Ganz genau. Was zum? Alter. Ja. Wie weit hast du gerade was notiert? Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Walrider gesehen. Was war das nicht? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau. Die muss sein. Das Geräusch. Hm. Mitten auf so einer Palette. Einfach mal der Batterie lag. Ja. Vor allem mitten im Regen. Irgendwann müssen wir diese Leiter bei uns. Hm. Da kommt laut auch gleich wieder irgendeine rum. Aber wenn wir jetzt schon draußen sind, sind wir hoffentlich dem Ausgang, also dem endgültigen Ausgang nicht mehr weit entfernt. Ich weiß gar nicht, wie viel Spielumfang das Spiel überhaupt hatte. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Aber wenn... Aber ich glaube wir sind schon relativ weit. Glaube ich auch. Hoffe es zumindest. Also je weiter das Spiel voranschaltet, desto weniger Ahnung habe ich von dem Spiel. Tatsächlich? Aua. Autsch. Ne, geht's natürlich nicht. Weiß man ja. Hm. Was ist das für ein Krill jetzt auf einmal? Ah. Hm. Ähm. Irgendwas hinter uns irgendwo weiter? Ja. Ja. Oh. Jetzt brauchen wir wirklich die Batterien. Ansonsten ist das ein kompletter Ding. Weiß nicht ob wir da... Da auch kommt man nicht. Oh da. Ah. Das erklärt einiges. Dann hätten wir bestimmt auch gar nicht... Kommt gar nicht mit Wetter... Oh. Kann man auch weiterhauen? Okay. Wenn man auch jetzt nichts mehr sieht. Ja. Gott sei. Man sieht auch einfach einen Scheiß. Das wäre wieder der perfekte Jumpscare-Moment. Wenn man dann die... Äh... Das kommt nicht bekannt von... Das hat man... Man hat am Anfang... Äh... 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 Einbauten einbauen... Ist nicht schlecht. Oh. Da läuft jemand. Da ist jemand. Ach wir sind jetzt drin. Wie drin? Da kamen wir vorher nicht rein, weil ich hier zweimal abgeschlossen war. Ach ja. Stimmt. Da müssen wir jetzt rechts irgendwo, ne? Ähm... Warte mal. Stand da grad nicht jemand? Rechts stand auch eben jemand hinter dem Zaun. Da. Warte. 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 Okay. Da tut uns nichts. Noch. Nichts. Aha. Oh. Noch jemand. Der sieht sehr toll aus. Ein bisschen. Oh. Ähm. Okay. Da können wir doch dann bestimmt nicht rein, oder? Da ist doch dann bestimmt ab dir geschlossen. Natürlich. Natürlich ist da ab dir geschlossen. Dieses Spiel ist zum Glück nicht linear. Aber das macht ja auch nichts. Was steht da? An dem Schild? Prison Block. Achso. Ich glaub schon Prison Break. Ha. Ha. Lustig. Äh. Was? Was tut der da? Was? Was genau tut? Hat der... Ne. Der sind einfach nur zusammengebunden. Steht einfach so in der Ecke. Okay. Okay. Ich dachte schon, der... Der... Der tut da irgendwas mit seinem... Sein... Schlechtesteil. Das sah echt so aus, als wenn der so... Er sagt Blut für mich und... 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 Um so gebückter Position hin. Ja. 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 Ich weiß gar nicht warum. Weil du spielst ja. 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 Jetzt kommt gleich fertig, Michael. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab mich einfach hier neben zu neigen. Vor allem der ist auch überall, der Specksack. Ist der da runter? Ja, ne? Ich glaube. Au! Boah, das war nicht so schön. Gleich haben wir ein riesen Problem. Mhm. Mhm. Im wahrsten Sinne. Zu? Scheiße. Gleich wird's kriminell. Dann sind wir gezwungen schnell zu machen. Und das ist echt problematisch. So, letzte Batterie. Jetzt wird's... Jetzt muss ich nicht wirklich werden. Ansonsten außer ich finde hier noch ne Batterie, aber... Davon geh ich nicht aus. Oh. Alles klar. Okay. Davon geh ich nicht aus. Zack. Das kann man mal machen, würde ich sagen. Das kann man echt mal machen. Aber trotzdem sollten wir uns ein bisschen beeilen, oder? Ich weiß nicht. Ich hab grad voll die Orientierung voll. Er macht nichts. Huch. War das vor der Bug gerade, ne? Was? Da war... Da war der... Der Donner... Da kam wer... Da kam wer her? Wahrscheinlich geht's da lang. Ja. Oh ja. Oh Gott. Ernsthaft? Und wir können uns nirgendwo verstecken, ne? Nein, dann geht's nicht weiter. Wir müssen ihn irgendwie umrunden. Okay, jetzt müsste er direkt hinter uns sein. Jetzt können wir eigentlich da den Weg lang, oder? Ja. Äh... Oh, nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Oh. Läuft. Äh... Ich hab voll die Fahrt verloren. Ich wollte eigentlich grad noch irgendwas sagen, aber ich hab's voll vergessen. So, jetzt müssen wir auch noch in die Frauenstation. Ha! Ja, gut. Dann... Aber eben konnten wir da auf jeden Fall nicht rein. Oh, Licht, 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 das ist... Und... ... der hat sich Notizen gemacht?! Und... Lecker! Ja, blutrunden! granted, k laws! Nie, warte mal! Was ist das? Mhmmm? Mhmmm?